Hallo Leute heute spielen wir mein Koffer auf dem Server der Server ist Kettgau und heute dabei ist es sieben Uhr hallo das Artikel hat sogar bekommen Hattel das war zu deinem Sporn und er zu sein Sporn in der Sporn die Euro weil ich hier auch die gute um ich finde den Weg dahinter nein ich wollte die Stoff die ich finde den ich wollte ich finde also die Kettgau zur Wahl Prozent den tue ich noch eher noch in die Beschreibung Reinschmeißen tp-a-hörer Prozent sieben Uhr schlaupt auch ich bin noch gleich in 20 so bitte nehmann dass die Leute es auch sehen können Prozent und der gleiche und da ist der Pellobär wo bist du also das ist mein Haus sozusagen man hat direkt an also man auch noch aus dem Sporni ein Haus das ist ein Korn und ich hab mal bis ganz da oben hingebaut er die Druckplatte bei mir nicht als der Druckplatte ich mich draufgestellt habe nicht gut funktionieren ich hab doch okay ja also das ist mein Sporni Region also man es bei den Haus ich habe es geht was er weiß wo ich habe ich habe lange gebraucht bis oben war auch nicht ich muss man sogar verkaufen so jetzt zeige ich euch meinen um um Prozent Prozent mein Job und es war Prozent das ist bei den Festungen Prozent und das ist mein Job warte die Welt letztlich also hier das einmal mein Job und Prozent also ich hab drei Grundstücke einmal das da hier das das da also das ganze hier ist verkauf ich alles das ist recht Prozent nicht viel was verkaufe etwa so hier unten auch noch so sogar wo verkaufe ich zu Gier oben ne ey kauft doch mal ein Bier äh was teils mir mal bei W.A.B.C. wo man äh Melonen verkaufen kann Löcke kann man ja kann man ja zu nur bei mir okay dann verkaufen wir nicht mehr Lohnplöcke bei mir bei uns zuerst glaube ich sehr viel Geld wenn die Erschöpfung eigentlich soll das Kaufen nicht verkaufen oder Prozent auch schon jetzt so auch bringen so auch dann können wir das gilt ich gehe mal ganz wie neun Prozent wir kommen die Führung von Kontrollen so ein Scheiß Prozent 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 was soll ich machen um ja an die Schmuck hat holen und das ist ein ein paar Prozent muss man hat zweites zu Hause ja was ob ich immer ganz gut aus dem Server rausgehe weil er lebt auch ne mann erlegt auch ein Ziel ich glaube das ist ein weil ich aufnehmen in der Welt bei uns gleich ach nee was ist das machst du denn immer für den Scheiß troffen lassen auch ein Essen er kauft noch mal was bei mir zu essen die Probe diese Schöpfung was hast du jetzt gucken wir mal ein paar so weiter in den Hausten hast du Karotten genügend paar Sticks Ursprung 1.500 Karte er kann es mir etwas überweisen und tausend kannst mir immer überweisen ne oder fünf Prozent allweißer T6 MoneyPay 253 X und dann der Betrag jetzt kommt da so ein gerades an jetzt bin ich mal gespannt ich wusste es ich bin ich bin er hatte er jetzt überweisen wir ein bisschen Prozent er ist Simon wird großgeschrieben oder ein Simon BN 24 so bitte Prozent Kappler doch Nein steht im Text also ein Kaltes Ohr Alter so viel hatte ich noch nicht mal Kontoauszüge 1000 Kaltes haben wir auf dem Konto Alter gib doch mal was hier Sprachgrundstücke und ich hab selber nur zwei Gäste das heißt nicht Gäste das heißt Grundstücke auch Gäste der Konzern das hört sich scheiß nicht Schuhe hoch Prozent okay muss doch ein bisschen Geld einrufen in der Welt wollen wir einfahren du willst mit tausend überweisen ich aber nur 600 ein der Schwarzjahr Wallach Fortschritte Grafik mag gut gehen Prozent haben wir haben wird gering dort ist ja nix normal ausgeglichen er schläft von 600 Karte brauchen Konto wie sehr hast du 1.600 Karte so ein Konto 106 ich habe auch noch ein bisschen Gorda von Ause doch eine Tierrüstung kaufen bei mir ich bin mit einem Fall ist noch und ich will dich auch gut so wie ich ihn wieder einfach so rumlaufen mit der Tier unnötig ich bin noch ganz neu noch relativ neu auf Kumpen und war hat sich die Erschlange der Städtischen vor scheiß Pistis größte Geld so Wochenende ich bin paar Wochen ein paar Wochen jalla kein Monat bin ich doch zu bisschen kommen 9 doch wenn man kommt jetzt schon endlich in dieser oder ich könnte der Simon er der John vergesslicher Junge nein er ist einfach zu dummen kann zu kaufen Näh und schmack-volle xp-farm das war Spaß kommt ein Schmerz und schön kaputt machen das liebste das liebst du voll ich werde auch Spaß Schwerter kaputt machen Potsdam um ein Gärtner falle ich gleich wieder ohne 9 9 9 ich darf hier nicht von erfahren aber doch auch mann in Deutschland ist das so Scherz xp-farm alle lebt es bei dir auch so erhebt ja einer er ist mir voll viel an mit Pfiff kommen ach nee weil das ist ja auch eine gute xp-farm das soll gesagt die Bühne ich weiß es auch und die ich habe einen besseren über die sage ich nicht doch mal weil das ist mein Lieblingswab wer hat man bleibt immer geheim Mainz 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 er ist viel zu viele Schöckenbock auf die Erde er er hat 1 1 1 h abgebärten Fall aber ich halte sie ist unnötig Rund Aura 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 Pedi Fix Pedi Fix von Peter L die Behinderung zu sehen die Behinderung der ich bin ich komme aus dem Weg ist die Frau da war ich eigentlich noch gar nicht über ein BDF ich bin hier gerade an was Abbauern heute nicht mal zu mir umgekehrt mit und ich noch aber auch aus Papa unnötig so wie ist denn jetzt immer auch hier gut Dodo Dodo nein Fakio Köln für keine Ausdrücke verboten Nix hören die Kiel Nix und die Kieler ich sehe du mit dem Ausdruck nicht das ist nicht mehr normal Kurs hat wieder 10 XP oh ja